Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Maschia. Halleluja. Willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Joshua Maschia, unser Herr und unser Elohim. Halleluja. Ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. Herr, danke für dein Wort, danke für diesen Moment. Danke Joshua Maschia für alles, was du in unserem Leben tust, Joshua. Wir preisen deinen Namen und wir erheben deinen Namen in unserem Leben. Amen. Halleluja. So, nochmal, ich grüße euch alle. Wir hatten letzten Wochenende ein Erweckungstreffen in Stuttgart. Wir wurden alle zusammen ganz gut ermutigt. Joshua Maschia stärkt uns weiter mit seinem Wort, weiter in seinem Wort zu leben und weiter mit ihm zu gehen. Halleluja. So, heute möchte ich kurz uns alle nochmal ermutigen, was ich dort in Stuttgart auch kurz geteilt hatte. Möchte ich also diese Lehre oder diese kurze Lehre einfach weitergeben. Halleluja. So, aber bevor wir ins Thema gehen, möchte ich ein paar Informationen geben. Die BIM, die Bibel, Joshua Maschia. Den neuen Bund kann man schon auf unserer Internetseite lesen. Halleluja. Wir preisen Joshua Maschia dafür. Einfach auf unserer Internetseite zurück zum Wort. Und da steht also, da sieht man also die BIM. Wenn man also drauf klickt, dann landet man schon also auf dieser Seite die Bibel, Joshua Maschia. Kann man also hier lesen. Beispiel, Matthäus Kapitel 1 oder Matthäus. Also wenn ich da bin, ich gehe auf Matthäus, kann ich also die Kapitel auswählen. Ich gehe zum Beispiel Kapitel 22. Und dann kann ich also trotzdem hier einfach navigieren. 21, 21, 20 oder, also genau. Und ja, plus, also hier sind alle Bücher, also von Neubund da drin. Also kennen wir zum Beispiel Offenbarung, Apokalypsis. Kapitel 17, dann kann man also schon lesen. Okay, das muss man noch übersetzt werden. Es gibt, also die Seite wird immer und immer wieder bearbeitet, aber da kann man schon was lesen. Halleluja. So, genau. Wir arbeiten also weiter und da werden immer noch ein paar Punkte korrigiert, bearbeitet, aber die Bibel kann man schon hier drin zumindest lesen. Halleluja. Wir preisen Joshua Maschia dafür. Amen. So, ich möchte heute über die Arbeiter von Joshua Maschia. Die zwei Arten von Arbeiter auf dieser Welt. Es gibt die, die für Joshua Maschia arbeiten und die gegen Joshua Maschia arbeiten. Halleluja. Welche Art von Arbeiter bist du? Weil die Bibel sagt uns, gehen wir in Matthäus Kapitel 7, Vers, Abvers 21. Da steht, ich mache das also ein bisschen größer. Halleluja. Matthäus Kapitel 7, Vers 21. Da steht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen prophezeit und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weich von mir, ihr Arbeiter für die Übertretung der Tora. Halleluja. Halleluja. Joshua, dein Wort ist so wunderbar. Liebe Geschwister, was wir hier lesen, darum ist es so wichtig, dass man das Wort, dass man eine gute Übersetzung auch hat. Hier liest man also Arbeiter, aber in vielen Übersetzungen wurde dieser Begriff Arbeiter hier überhaupt nicht übersetzt oder anders übersetzt, also mit tun, weil dieser Begriff auf Griechisch kann auch tun sein oder irgendwelche Tate tun. Also genau. Schauen wir mal. Machen wir also kurzer Vergleich. Gehen wir mal hier in der BIM, ich habe die Luther hier, Lutherbibel. Wenn ich auf, ne, 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 nehmen wir einfach das da, also auf Bibelserver. Ähm, wir haben die Lutherbibel hier, nehme ich noch, ähm, welcher Vergleich kann ich da machen? Hoffnung für Halle zum Beispiel, äh, Elbefelder ist also eine, wo ist das, Schlachter zum Beispiel, Schlachter und nehmen wir Elbefelder dazu. Elbefelder, wo ist das? ganz oben, genau, da, also vier Bibeln, und wir vergleichen diese Verse, also Matthäus Kapitel 7, Vers 23, Halleluja, lesen wir das also alle zusammen, wir können das hier vergleichen, also da steht, wir sind hier in der Luther, Vers 23, dann werde ich Ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weil ich von mir, die ihr das Gesetz übertretet, also hier steht also übertreten, also dieser Begriff, Arbeit, Arbeiter, Arbeiter ist nicht drin, und da, also Hoffnung für alle, für alle, aber ich werde Ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt, ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen, also wieder nicht, und dann werde ich Ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weil ich von mir, ihr Gesetzlosen, das ist also Schlacht da, 2000, auch nicht, und dann werde ich Ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weil ich von mir, ihr Übertäter, Elberfelder, Elberfelder hat also Übertäter. So, schauen wir mal also auf Griechisch, ich nehme, tut mir leid, ich mache das ein bisschen größer, hier ist also Französisch, aber jetzt tun wir Matthäus, Matthäus Kapitel 7, dann werdet ihr verstehen, warum wir gerade, äh, eine, warum wir also eine bessere Übersetzung brauchen. 7 Vers 23, Vers 23, dann, also das ist, äh, Luther, Dann werde ich Ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt, weichet alle von mir, ihr Übertäter, Übertäter steht hier Anomia, also Anomia ist der Begriff, also Übertäter, also Arbeiter ist nicht da, da fehlt etwas. Wenn ich, also, wenn wir auf Griechisch gehen, also Textus, Textus, Receptus, Stephanus, also Vers 23, wir gehen also in Vers 23, da findet man also Anomia, und dann, ähm, also ihr, und dieser Begriff, der ist da, Ergazomia, Ergazomia, Ergazomai, bedeutet, to work, also Arbeiten, Labor, do work, und, und, und so weiter. Alleluja, also dieser Begriff wurde nicht übersetzt. In der BIM haben wir das hier, ihr Arbeiter für die Übertretung der Tora. Alleluja. Also, darum ist es wichtig, eine gute Übersetzung zu haben. Sonst hätte man überhaupt nicht hier gesehen, dass es um Leute, also bestimmte Arbeiter, Leute, die gegen das Wort des Herrn arbeiten. Und deswegen sagte Joshua, Maschiach, weich von mir weg, ihr Arbeiter, für die Übertretung der Tora. Alleluja. Also, das heißt, es gibt also Leute, die arbeiten gegen das Wort des Herrn, gegen Joshua, Maschiach. Die Bibel spricht also von Antichrists, also die, die gegen Joshua sind. Auf welcher Seite befindet dich überhaupt? Bist du, arbeitest du für Joshua, oder arbeitest du für, oder arbeitest du gegen Joshua? Wisst ihr, liebe Geschwister, wenn jemand arbeitet, am Ende gibt er so einen Lohn. Man wird belohnt, also für, was man getan hat. Gegen Joshua, Maschiach, zu arbeiten, ist, in der Sünde zu leben. Weil das Wort, also die Übertretung des Tora, die Übertretung des Gesetzes des Herrn, die Übertretung des Wortes des Herrn, ist die Sünde. Das ist die Sünde. Und die Bibel sagt uns, Halleluja, in Römer, oh, Joshua, Maschiach. In Römer, Kapitel 6, ah, wir nehmen die BIM. Römer, Kapitel 6, also BIM, ist die Bibel Joshua, Maschiach. Halleluja, Halleluja, Römer, Kapitel 6, Vers 23, ganz am Ende. Da steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Also das heißt, wenn jemand gegen Joshua, Maschiach arbeitet, wenn jemand gegen das Wort des Herrn arbeitet, wenn jemand in der Sünde lebt, dann ist er ein Arbeiter. Er arbeitet gegen Joshua. Und sein Lohn, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ewiges Verdammnis. Arbeitest du für Joshua oder arbeitest du für jemand anderes? Halleluja. Unser Herr fragt uns also heute, für wen, auf welcher Seite sind wir? Arbeiten wir für ihn? Oder gegen Joshua? Die Sünde gegen das Wort des Herrn. Der Lohn, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnade, Gabe Elohims, aber ewiges Leben in Joshua, Maschiach, unseren Herrn. Da sieht man diese zwei Löhne, diese zwei Arbeiter. Die, die für ewiges Leben in Joshua, Maschiach arbeiten, für ewiges Leben in Joshua, Maschiach arbeiten, und die, die für ewiges Verdammnis arbeiten. Arbeitest du für ihn, für ihn oder, oder für dich? Oder für, keine Ahnung? Oh, Joshua, Maschiach, Joshua, Maschiach. Ja, der Lohn. Dieser Lohn. Joshua sagt sogar, es gibt die, 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 den Weg des Herrn, die haben, also die Bibel sagt uns, einige haben sogar diesen Weg, die waren auf dem richtigen Weg, die sind mit dem Herrn gegangen. Der Weg ist Joshua. Die Bibel sagt also, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Einige haben sich also von diesem Weg getrennt, die laufen woanders. Und die Bibel sagt also, die kriegen also einen Lohn. Und ihren Lohn, das können wir mal, das ist als Beispiel, das ist diese, Balam, Balam, die Geschichte von Balam, genau. Balam, Balam hatte, die Bibel sagt also, das ist also das Balam. Ah, das ist Petrus. Halleluja, Halleluja. 2. Petrus, 2. Petrus, Kapitel 2. Ah, Warnungen vor den falschen Lehren. Joshua, ich will bloß das Beispiel von Balam. Und wo ist das noch? Vers, 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 Vers. Da, da, Vers 15. Da sie den geraden Weg verlassen haben, dieser geraden Weg, die haben den Weg verlassen, sind sie in die Irre geführt worden, indem sie den Weg Biliams, genau, Biliams, des Böres nachfolgten, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Also, es gibt also einen Lohn der Ungerechtigkeit. Lohn der Sünde. Die arbeitet, Leute, die für die Ungerechtigkeit arbeiten, Leute, die für die Überträchtung des Gesetzes arbeiten, Leute, die gegen Joshua, Maschia arbeiten. Auf welcher Seite bist du? Auf welcher Seite? Der Herr sagt, der Herr sagt uns, also in Kolosser, das hatte ich auch letztes Mal, also in Stuttgart, gesagt, also in Kolosser Kapitel 3, Kolosser Kapitel 3, Vers, ich glaube, das war Vers, genau, Vers 17, Kolosser Kapitel 3, Vers 17, Da steht, und was ihr auch tut, im Wort oder Werk, tut alles im Namen des Herrn Joshua, dank durch ihn, unseren Elohim und Vater, alles, was wir tun, jetzt geht es um die Arbeiter von Joshua, Maschia, die Arbeiter von Joshua, Maschia, alles, was sie tun, sie tun das im Namen des Herrn, alles, was sie tun, sie tun das im Namen des Herrn Joshua, Maschia, damit der Herr verehrt wird, damit, damit, damit die Leute auch bezeugen, die ganze Welt bezeugt kann, dass Joshua, Maschia, der Herr ist, immer noch in Kolosser, immer noch in Kolosser Kapitel, wo sind wir, Kapitel 3, ganz am Ende, genau, Vers 23, was auch immer ihr tut, arbeitet, oh, 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 da kommt wieder diese Arbeiter. Was auch immer ihr tut, arbeitet aus ganzer Seele, wir für den Herrn und nicht für Menschen. Mein Bruder, wenn du in der Arbeit bist, wenn du alles, was du auf dieser Erde tust, alles, was du tust, ist für Joshua Mashiach. nicht für die Menschen die Menschen werden bloß also die Früchte von dieser Beziehung mit dem Herrn einfach genießen die werden das einfach sehen und nehmen und dann und so können sie Joshua Maschia preisen und ehren Halleluja was auch immer ihr tut arbeitet aus ganzer Seele wie für den Herrn und nicht für Menschen denn ihr wisst dass ihr als Belohnung vom Herrn das Erbe empfangen werdet ei 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 unsere Belohnung kommt nicht also von anderen Menschen du da du gehst also jeden Tag in die Arbeit um deinen Lohn am Ende des Monats zu bekommen ja es ist wichtig dass man so arbeitet für die Familie dass man so Geld bekommt dass man aber das Wichtigste ist dass du für den Herrn arbeitest in deinen Taten in deinem ganzen alles was du tust wie du die Menschen behandelst wie du deine Nachbarn deine Freunde deine deine Kollegen in der Arbeit wie du sprichst alles was du tust wie sogar wie du deine Familie behandelst alles was du tust ist für den Herrn Joshua Mashiach Halleluja die Bibel sagt hier ihr dient oh 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 ich muss das markieren ihr dient nämlich Mashiach dem Herrn wow 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 oh 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 Joshua dein Wort ist so wunderbar ei 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 dein Wort ist so wunderbar viele Leute die dienen ihre wie sagt man das also die arbeiten für ihre Gemeinde arbeiten für ihre Pastor arbeiten für irgendwelche Menschen auf dieser Erde und vergessen vergessen für vergessen dass sie zuerst für Joshua Mashiach für Joshua Mashiach da auf dieser Erde sind sie vergessen dass alles was sie tun alles soll für die Ehre für die Ehre von Joshua Mashiach sein denn ihr wisst dass ihr als Belohnung vom Herrn das Erbe empfangen werdet wow 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 halleluja halleluja Joshua Mashiach halleluja und deswegen sagt er uns also in in johannes kapitel 6 oh 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 johannes kapitel 6 meine Güte joshua du bist so wunderbar du bist so wunderbar johannes kapitel 6 vers 27 arbeitet nicht für die Nahrung die verdirbt sondern für die welche bis zum ewigen Leben bleibt dass der Menschensohn euch geben wird denn ihn hat der Vater Elohim mit seinem Siegel gekennzeichnet oh mein Bruder du denkst also die ganze Zeit ja weil du den Pastor so behandelt hast weil du das getan hast oh dann wirst du was von ihm bekommen oder für deinen Bischof oder sowas nein 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 alles was du tust ist für die Ehre des Herrn Joshua Mashiach alles was du tust deine belohnung soll von ihm kommen erwartet nicht dass die menschen dich also irgendwelche belohnung geben dass die menschen das belohnen nein was erwartest du unsere belohnung kommt von Joshua hei hei für die Dinge dieser Welt hier sagt die bibel sagt arbeitet nicht für die nahrung die verdirbt die leute arbeiten die tun alles man steht man steht so früh auf geht in die arbeit man arbeitet wie verrückt denkt nicht mal an Joshua tut gar nicht für Joshua man lügt dort man hört also Sünde man sagt man lebt in der Sünde man so viele Dinge so viel man versucht die menschen zu beantworten man versucht also die leute auf seine seite zu bringen man versucht man tut so viel für die menschen aber für Joshua ganz wenig ganz wenig und Joshua ist da und sagt meine Tochter mein Sohn ich hab dich erschaffen ich hab dich das Leben gegeben du bist auf dieser Erde weil ich es will es ist meine will dass du hier noch bleibst warum lebst du nicht für mich wieso arbeitest du nicht für mich joshua joshua komm es gibt so ein es gibt zwei Arte von arbeitern die die gegen joshua maschia arbeiten und die die für ihn arbeiten und beide beide bekommen eine belohnung die kriegen eine belohnung beide joshua maschia bitte vergib uns vergib uns joshua wir hängen so fest an die dinge dieser welt wir wollen die menschen beantworten wir wollen nach a b nach so so viel für die menschen tun aber du sagst wir sollen arbeiten wir sollen für dich arbeiten wenn wir die menschen so behalten in deinem namen dann wirst du verehrt wenn wir für die menschen wenn wir für dich arbeiten dein wort tun auf dein weg bleiben deine werke tun joshua so sind wir arbeiter jemand hatte also eine geschichte erzählt ich hatte das letztes mal gehört von einem Bruder das war eine kurze Lehre er sagte da gab es also ein Pastor ein Pastor und ein Minister keine Ahnung oder der Präsident ja genau der Präsident von einem bestimmten Land die beiden waren also auf einem Schiff also ein Boot oder so und der Pastor also als sie angekommen sind am Land angekommen sind da gab es so viele Leute da draußen die hatten die der Präsident ist rausgekommen alle haben ihn so applaudiert die waren wow die haben so zu ihm geschrien so dieser Empfang war riesig so viel Applaus so und der Pastor sagte Herr wieso werde ich auch nicht so empfangen wieso bin ich nicht so empfangen auf dieser Erde wieso er ist also anscheinend berühmt aber was ich tue als meine Arbeit als Christen als Kinder des Herrn ist auch so wichtig warum werde ich nicht so applaudiert und so 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 einen Empfang wieso kriege ich sowas nicht und der Herr sagte aber du bist nicht zu Hause wenn du nach Hause kommst wenn du nach Hause kommst wenn du zu mir kommst dann wirst du mit so viel Freude empfangen wir erwarten dass die Menschen auf dieser Erde uns also irgendwie akklamieren applaudieren oder sowas mit so viel Freude empfangen nein weil wir nicht von dieser Welt sind wenn wir nach Hause wenn wir zurück zu unserem Vater gehen dort erwarten wir so viel Applaus und Freude der Herr sagte ihm siehst du nicht die Bibel sagt also wenn eine wenn jemand eine Person das Wort des Herrn annimmt die Joshua Maschia annimmt mit dem Herrn zu gehen er entscheidet sich auf der Seite des Herrn zu sein die Bibel sagt dass die Engel im Himmel sich freuen Halleluja volle Freude im Himmel Joshua Joshua Maschia die Bibel oh nein sowieso wunderbar mein Herr ich preise deinen Namen Joshua Maschia oh ich preise deinen Namen in der Offenbarung lesen wir mal den letzten Vers Offenbarung Kapitel 22 Halleluja Joshua sagt ich komme ich komme zurück und schau Vers 12 und schau ich komme ohne Verzögerung also ich komme so schnell und dann sagt er und meine Belohnung mit mir er bringt diese Belohnung ich komme ohne Verzögerung und meine Belohnung meine Belohnung mit mir um jedem zu vergelten wie sein Werk sein wird Halleluja welches Werk tust du Bruder welches Werk tust du Schwester ist es dein Werk ist es das Werk von jemand anderes oder das Werk des Herrn arbeitest du für Joshua Mashiach oder arbeitest du für keine Ahnung bist du für ihn was bringt überhaupt ein Mensch die ganze Welt zu gewinnen und seine Seele zu verlieren was bringt das du wurde es erschaffen für Joshua zu arbeiten für Joshua zu leben wir wurden erschaffen für Joshua zu arbeiten für Joshua zu leben also hört jetzt auf hört jetzt auf so zu leben in der Sünde seinem Werk sollst du jetzt tun das Werk des Herrn deswegen sagte Joshua Mashiach oh Halleluja oh Joshua Mashiach er sagte also ich suche ich suche diese Vers ich suche diese Vers wie heißt das nochmal wo ist es noch Joshua die Arbeiter die Arbeiter Halleluja oh Joshua nein es gibt er sagte also es ist jetzt nochmal diese Vers oh Halleluja 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 das ist also in wo ist das noch in Matthäus Matthäus Kapitel 9 ah Matthäus Kapitel 9 ich hatte diese Vers schon lange Jahre gekriegt der Herr hatte mir also diesen Vers gegeben gegeben Matthäus Kapitel 9 Vers irgendwo am Ende da ja genau Vers 36 als er aber die Menschenmenge sah war er bewegt von Mitleid für sie weil sie erschöpft und niedergeschlagen waren wie Schafe die keinen Hirten haben Vers 37 dann spricht er zu seinen Jüngern die Ernte ist zwar groß aber es sind weniger Arbeiter zu wenig Arbeiter wo sind die Arbeiter wo sind die Christen wo sind die Jünger Joshua Maschia die Ernte ist zwar groß aber es sind weniger Arbeiter bietet also den Herrn der Ernte Arbeiter zu seiner Ernte aus zu senden wo bist du mein Bruder meine Schwester was tust du für den Herrn was tun wir für Joshua Maschia hast du vergessen dass du sein Arbeiter bist hast du vergessen dass du auf dieser Erde bist für ihn zu arbeiten ach Joshua Herr ich bete für die Gemeinde für deine Gemeinde ich bete für deine Kinder ich bete für uns alle Joshua Maschia gib uns die Kraft für dich zu arbeiten gib uns die Kraft Joshua Maschia stärk uns alle aufzustehen Herr ich bete auch dass du die Arbeiter in deine Ernte bringst Joshua schick sie schick alle wir beten für die Erweckung Joshua Maschia oh danke Herr für dein Wort danke Joshua Maschia ich preise deinen Namen ich erhebe dein Name Joshua Halleluja Halleluja Amen